Guten Tag, meine Damen und Herren, wir beschreiben dir, es ist gerade so spät. Ja, natürlich ist es hell hier draußen. Ja. Wirklich, kommst du nicht? Marsianer, Plutoyaner oder so? Oder so? Oder Anossianer. Vaginaler. Oder Anossianer? Ja. Ur-Anossianer. 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 Warum nicht auf Anossianer? Gut. Ich habe gerade geschnitten, es kommt gerade Milch aus meiner Haut oder es war einfach ein bisschen... Baaah. Kokotide, ja. Einfach mal sexy. Ja. Und zwar, wenn ich diesmal einen so einen Moment... Speed Runde. Noch nicht so früh war da gewesen. Da, da, da. Pause, ja, Pause. Da, 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 da. Da, 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 da. Noch nie da gewesen, ne... Geschwindigkeit. Da, 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 da. Da, 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 da. Was? Was? Wut!? Das verdammte Getränke mit den 3 Sachen hier, Jun. Alle 3 auf einmal. Apfelsaft, Lancu & Maracuja, nicht mixen nach Mamba, nach Mamba, Junge. Passe auf, Jun. Gut, 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 gut . Alles gut! ARCH! Alles gut! Und warte jetzt, Junge. O.K. Guck wieder die Pipi raus. Und er spritzt mal wieder, äh, äh, Alter, bist du, aha, was, was, was ist denn das, Mann? Alter, der Wichsi sogar bei einem Abspritzer mehr, Alter, hat sich gerade eingegossen, als du am Essen. Ganz ruhig, ja. Achso, ihm geht das nicht schnell genug, ihm geht das nicht schnell genug, ja? Mir geht es einfach nicht schnell genug, ja? Scheißdeutsch. Bist du immerhin, äh, oh? Warte, die ist, ja. Wollt's weg ins Gehirn, ja? Das lernen wir daraus, Leute, ja? Es ist immer wichtig, äh, äh, die Fresse zu halten, ja? Die Fresse zu halten, ja? Wir hören jetzt mal dieser Scheiß an, wir haben ja schon letztes Mal eine große Dio. Ist schon abgestanden, schon ein bisschen fest geworden, ja? Ich denke mal, das wird das Schlechteste von allen sein. Das ist wirklich, das ist alles, ja, Bildgehalt, ja? El Trotto. Jetzt bröccht man einen Shaker, Alter, und dann kann man das alles zusammen shaken und dann nochmal einigen angießen, aber da wir keine Geldkacke haben, Alter, hat er verkackt. Ja, hallo! Hier dring ich, ja? Und zwar würde ich die Scheiße mal schon entrinken. Ich mutte, es wird schmecken. Aber irgendwas, ich glaube, gut oder schlecht, ja? Man hätte das gedacht. Appelsatt, übrigens, aus dem Kühlschrank, ja, sehr kalt, ja? Angenehm. Boah, das ist immer, das ist immer was anderes, ne? Kann man so sagen, ja, ja? Und was sagst du? Aber Apfel ist wiederum nicht so kräftig. Ne, keine Ahnung, ne, es ist fast neutral, ne, zur Folge, und auch, keine Ahnung, es ist ein bisschen so merkwürdig. Trotzdem traumhaft, aber, ähm, ne, neun von zehn, ja, neun. Da geht's doch, da geht's tatsächlich so tief runter, ja? Ja. Neun von zehn, Leute, wir sind ja schon fast ganz unten, ja? Tiefer als Wahlscheiße. Ja, das ist ein bisschen dran, kostet sich hier ein Drink, ja? Gute... Ja, äh, das ist ein Liter Kokoslikör und ein Milliliter Apfelsoft, ja? Ja, wie so ungefähr, ja? Mal gucken, wie das schmeckt. Ich mach's dir jetzt mal Mund und steck diese Zuhalm leicht einen Millimeter tief rein. Vielleicht auch mehr. Ja, gut, lass mich warten, ja, schmeck einfach nur nach, äh, nach das Zeug. Ach, ja, ich hab... Nein, 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 nein. Was sagen Sie denn? Schmeckt eigentlich gar nicht mal so schlecht pur. Dieben zufolge fällst du wirklich aus aus der... Bewerblich. Ohne Scheiß. Aber ich würde jetzt ja immer so spontan sagen, ich würde dem Getränk auch einen neuen geben, ja. Gut. Schmeckt nicht schlecht pur hier, sagt er.